Ich möchte Ihnen und Euch bei der Gelegenheit ganz gern die Bandmitglieder einmal einzeln vorstellen. Das ist Guitar Ian Bairnson. Dann Liedstimme und Bass David Payton. Drums Stuart Tosh. Und am Piano, das ist Billy Lyle. Vielleicht sollten wir doch noch ein Wort über dieses Gerät hier sprechen. Das ist nämlich eine ganz interessant kombinierte Elektro-Gitarre zwischen einer sechsseitigen und einer zwölfseitigen Gitarre. Ist das sehr schwer zu spielen? Es ist schwierig in der Art und Weise, dass eine unterschiedlich streng von der anderen ist. Und wenn man sich einfach auf die andere ändert, dann ist es eine unterschiedliche Elektro-Gitarre. Das wechseln zwischen den beiden Gitarren, weil man sie doch mit einer verschiedenen Technik spielen muss, ist eher schwierig. Gibt es da viele Gruppen, die mit einer derartigen Gitarre spielen? Gibt es da viele Gruppen, die mit einer solchen Gitarre spielen? Nicht sehr viele. Es kostet ungefähr 54.000 Schillings. 45.000 Schillings kostet die Gitarre. Und das ist der Grund, warum nicht so viele Gruppen sie spielen? Das ist eine Grund. Das ist einer der Gründe. Das ist einer der Gründe.